Weil der Lehrer reingeschossen hat bei der Addition von den Punkten Deswegen hat er 2 Minus, ich hab ein 2 Minus, das heißt 2 Und ich glaube es hat noch einer 2 Minus Das heißt, ich hab an sich die drittbeste Arbeit Und das ist krass Das ist krass, wenn du darüber nachdenkst Dass ich eigentlich Chemie gar nicht so krass grindet Was so Ding an geht Weil eigentlich, wie gesagt Mathe wird straight up eine 1 ohne einen Fehler Mathe wird straight up eine 1 ohne einen Fehler Bin ich mir ganz sicher Real talk, man Mathe wird eine fette fucking 1 Das ist insane, wirklich Gut Ähm, wir gehen mal vor der Pixels, okay? Leute, komm mal rüber, komm mal rüber